Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme Alice Madness Returns, hier direkt vor dem Zug, der uns die ganze Zeit durch den Verstand rast und das Wunderland zerstört bzw. unsere Erinnerungen vernichtet, die wir uns mühsam nach und nach wieder erarbeiten müssen. Und er ist, denke ich, der Schlüssel zu allem, was uns Aufschluss gibt über das, was in der Vergangenheit von Alice passiert ist. Und wir gucken, dass wir da jetzt auf den besten Weg hinkommen. Und wir lassen uns von nichts aufhalten. Na gut, zwischendrin vielleicht schon mal, aber wir geben unser Bestes auf jeden Fall. Okay. Einmal der Ladescreen. Oh. Da oben werden seltsame Puppen produziert bzw. lang gefördert. Hm. Na, kommt her, meine Freunde. Sollt ihr keine Verlöger? Euch mag ich einfach nicht. Hässliche Qualen. Ah, da sind natürlich wieder zwei. Na, wo ist die zweite? Da? Na komm, die Welt. Zeig dir nicht. Ja. So, mag ich dich. Na, wie? Ja. Einmal Blütenohren, natürlich kommen wir noch mehr. Aber, das ist gut, dass wir kriegen unser Leben hier wieder einigermaßen voll. Na? ich sehe immer wieder viel sie was ich meine mit der Kampfkamera das ist super nur gut die haben wir das ist eine Lücke da kommen wir aber nicht durch dass die Puppenproduktion ist hier ich weiß es nicht das menschliche Gehirn dargestellt mit einem Baby drin interessant und gut gehen wir über die Fleischschubladen direkt mal hier weiter und schauen mal da drüben ist eine Erinnerung die ich natürlich mitnehmen möchte mal gucken wie wir da rankommen ich bin kein Spielzeug er verlangte Dinge von mir die ich nicht tun wollte Dr. Bambi Dr. Bambi hundertprozentig Dr. Bambi und ich vermute dass er dazu oder dass er die Schwester von Alice die Lizzie heißt sie glaube ich dazu gezwungen hat irgendwas zu tun was sie nicht wollte und sie wollte am Schluss auspacken und das war denn die Kurzschlussreaktion von dem Doktor als er noch Student war die ganze Familie auszulöschen beziehungsweise sie vielleicht war es gar nicht sein Ziel die ganze Familie zu töten aber da ist es am Ende drauf rausgelaufen ja ich vermute sowas aber genaueres werden wir noch erfahren das ist doch der ekelhafteste Doktor den ich je gesehen habe Dr. Edds Kopf bin ich nicht der erbärmlichste und selbstsüchtigste Unglücksrabe unter der Sonne? nichts ahnend lebe ich in einer Ausbildungsstätte für Prostituierte mein Mentor ist ein widerlicher Zuhälter ich wurde zur Komplizen des Mörders meiner Schwester und meiner Eltern weil er meinen Geist zerstört hat ich suchte Linderung von meinen Schmerzen und sie hielt mich von der Wahrheit fern du hattest es fast geschafft hast dich beinahe von deinen Ängsten befreit du hättest geheilt werden können und vergessen die Erinnerung an meine Familie aufgeben sie sind tot das solltest du auch sein du missratende grässliche Kreatur Mörder du blutsaugender Parasit der Schaden den du Kindern zufügst der Missbrauch ich biete nur gewisse Dienste an in der großen bösen Stadt gilt es die verschiedensten Gelüste zu befriedigen meine Familie mein Geist der infernalische Zug der Zug ist deine Erfindung deine Verteidigung ich lege nur den Fahrplan und die Reiseroute fest der Zug räut heran mit glänzenden Wagen mit weichen Sitzen und funkelnden Narben still meine kleinen Angst ist unangebracht der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht ich werde ihn aufhalten und wenn es das letzte ist was ich tue was du wünschst soll geschehen dieser Drecksack du bist verloren und wo dein Körper ist wird auch dein Geist hingelangen vielleicht ist er schon da dieser Drecksack gibt Kinder zur Prostitution äh Prostitution frei und beeinflusst sie auch noch psychologisch dass sie sich selber nicht daran erinnern beziehungsweise es verdrängen dieser Drecksack den kaufen wir uns natürlich wieder mal befinden wir uns im Teil der Realität in Anführungszeichen direkt vor dem Heim von Angus Bambi hier sind die Geisterkinder unterwegs und es schneit ok hier ist die Underground denke ich sie sind die suppende Wunde der Verdorbenheit Kinder die ihren Namen um den Hals tragen als wären sie nicht so weiter als ein Stück Vieh eine Proklamation ihres Stammbaums könntest du auch brauchen sie sind stolz auf ihre Herkunft sie Unmensch die Kinder wissen doch gar nicht mehr wer sie sind und woher sie kommen wie viele Psychen haben sie bis zum totalen Vergessen verdreht nicht genug deine wäre ein Triumph gewesen obwohl du bist ein geistesgestörtes Wrack die Frucht meiner Arbeit Alice scheint sich zu befreien von dem ganzen und wir wissen endlich was passiert ist was es mit dem ganzen auf sich hat Und jetzt ist es an uns, die letzten Schritte zu gehen, zu schauen, dass wir die Leute zur Rechenschaft ziehen. Und wir befinden uns direkt auf dem Zug. Hutmacher, ich muss den infernalischen Zug stoppen und das Böse, was ihn antreibt. Ein wenig selbst fixiert das, Fräulein. Wie? Erst die Suche voller Furcht und Fragmenterinnerungen, jetzt ist es der Zug. Nie Zeit für den Tee. Während dein Gehirn Urlaub macht, gehen wir untereinander. Lohndurch und Verrückte, wie wir endlich in einer Tee kann in die Hölle fahren. Man darf aber nicht vergessen, was die eigenen Sinne gesehen haben. Vergessen ist einfach vergessen, es sei denn, das ist es nicht, dann heißt es an. Ich würde gern vergessen, was du getan hast. Ich hab's versucht. Ich kann's nicht. Sie haben mich benutzt und missbraucht, aber zerstören können sie mich nicht. Nicht? Es ist nicht mehr zu ändern. Die alte Alice und ihre Wunderland-Zuflucht sind vernichtet. Du kannst nicht mal erkennen, was geschehen ist. Und du bist machtlos, kannst es weder ändern noch gegen mich vorgehen. Dafür habe ich gesorgt. Holst du dir nun deine Strafe ab? Ich weiß, ich trage eine gewisse Schuld, aber Bestrafung ist nie den Opfern des Verbrechens dienlich. Missbrauch ist ein Verbrechen der Starken an den Schwachen. Du hast recht. Die Täter werden nie genug bestraft für den Schaden, den sie anrichten. Wer Zeuge von Missbrauch wird und den Opfern nicht beisteht, zahlt deine Strafe. Dein Schmerz mildert dein Vergehen, nicht früher eingegriffen zu haben. Aber vielleicht hast du noch nicht genug bezahlt. Für den Schmerz. Der andere hat... Wie krank. Und so gehen wir in der Erinnerung Abteil für Abteil nach vorne. Und ich hoffe, dass wir am Ende des Zuges den Lokführer treffen. Sie haben mein Gedächtnis verdorben, aber nicht geschafft, mich vergessen zu lassen. Ich hätte was Leckeres aus dir gemacht. Die Kunden lächzen nach einem Stück von einer rasenden, wahnhaften Schönheit, ohne Erinnerung an Vergangenes oder Sinn für die Zukunft. Aber du musstest dich an deine Fantasien klammern. Du bist verrückt. Wie deine Schwester. Sprechen Sie nicht von ihr. Sie kennen sie nicht. Deine Schwester hat gern gespielt, tat als verachte sie mich. Sie hat bekommen, was sie wollte. Am Ende. Meine Lizzie, was ist das Ziel dieses Zuges? Wahnsinn und zerstöhnend. Du solltest keine Fragen stellen, deren Antworten du kennst. Das ist nicht höflich. Und das Geräusch, glaube ich, Lizzie, wie sie im Schlag wünsche. Oh, nein. Arme Lizzie. Und es gibt keine Zertauber in Oxford. Lass dein Überleben einen Sinn haben, sonst sind wir alle verloren. Ach du Schande. In mir bauen sich gerade unendliche Rache-Gefühle auf. Es wird Zeit, dem Ganzen endlich ein Ende zu setzen. Alice endlich in Frieden geben zu können. Und wir gehen weiter im Zug der Erinnerung. Und wir gehen weiter. Verpräch dich dann! Wir müssen warten, bis der Puppenkopf weiß wird. Er ist noch geschützt von dem Verfall, der er nun gibt. Ja komm! Das ist immer wieder nichts. Das stört dich überhaupt nicht. Der Puppenkopf ist frei. Zeit, endlich. In der Hoffnung, dass die Blüten fallen lassen, das tun sie aber nicht. So, der Puppenkopf ist frei. Zeit, endlich. Wie? Oh mein Gott! Wie auf dem Zug wo alles zerstört ist. Jetzt müssen wir uns jetzt dem Doktor stellen! Zumindest in der Erinnerung! Ah, der Puppenkopf ist frei! Na, das hat leider nicht mehr funktioniert. Dass die Kamera macht, was sie möchte. Oh, nicht so. So, das war aber mal die volle Ladung für den Kopf, äh, ja, für den Kopfgraden. Oh, der kommt jetzt frei. Konnte man leider nicht sehen, dank dem Super-Kampf-System. Und ich vermute, jetzt kommt wieder schleichender Verfall. Es ist zu Mäuse merken, dieses Kampf-System. Ja, ich bin da. Was ist, da? Oh, ich bin da. Nein! Ich muss sie leider ein bisschen freien Lauf lassen. Ich hänge in der Ecke fest. Boah, wie lange verfolgt der mich jetzt? Hört der auch irgendwann mal auf? Ich hätte eine Idee. Aber so schnell bin ich jetzt nicht. Die Hand ist mir zu schnell. Nein, ich folge mich einfach, okay. Ah, da hat uns tatsächlich ein schleichender Verfall getötet, der in der Hand verborgen war. Ah, ärgerlich. Es ist doch einfach verrückt. Mit diesem Kampfsystem hier zu kämpfen, ist so die Tortur. Aber auf ein neues und diesmal müssen wir, wie wir vorgehen. Und diesmal wirst du uns nicht schlagen. Richtig stark. Doktor Bambi. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Mit der Warpalk-Klinge versuchen wir uns hier. Und machen ordentlich Schaden an der Hand. Wir haben leider keine Leistung zu sehen, wie weit wir da schon gut Schaden drin gemacht haben. Aber ich denke, das war schon ganz ordentlich. Und dann können wir mitscheln. Und dann können wir uns hier weiterentwickeln. Also hier habe ich das Gefühl, dass wir uns ja hier nicht millimeters befinden. Und wie weit wir da sind. Ohja, geht das Gegenscheid damit. Ja. Und dann können wir uns hier noch etwas in die Hand�� redeigen. Oh ja, alle Bandscheid. Damit ist das hier ja noch etwas in der Hand. Oh ja, alle Bandscheid sind nicht drin. Zingern, eigentlich bin ich auch auf der Gange. Aber auch auf der Gange. Das ist jetzt auch wiederum. Und jetzt kommt das rein. Oh ja! Und jetzt kommt das hier auf der Gange. Aber ich seh mal wieder nichts. Ich geb ihn mir jetzt bitte als Ziel, dankeschön. Ok, jetzt hat er das Ziel weggenommen. Der Duracellhase tut natürlich auch seinen Teil, das ist sehr gut. Ok, weiter geht der Spaß. So weit kommst du nicht, das ist sehr gut. Jetzt müssen wir hier die Finger rundhauen. Und diesmal wird uns keinen schleichen, das wir falsch haben. Ich glaub, das Spiel eigentlich kein Problem war, nur hier auf einmal uns tatsächlich das Leben gekostet haben. Gibt mir ein gutes Ziel. Gibt es? 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 Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Huhu! Blöd, wie man sich nicht aufhören. Und so... Wahnsinn! ... was wohlig ist. Was wir auch nicht immer ausreichen können in die Richtlinie, die wir gerne möchten. Wohl, da war wieder eine Böwe dabei. Das Böwe ist ja jetzt ins Ziel. Jawohl! Hat mir gefallen. Nein! Ah, aber die Böwe... ... hat mir gefallen. ... attackieren. So, das war aber ordentlich. Ja klar, kommt hier sowieso einer dazu. Der hat nicht damit direkt. Nur mal ein richtiges Ziel. Okay. Den müssen wir jetzt erstmal machen. Dann komm schon. Komm schon. Die Hand ist im Hintergrund immer noch aktiv. Das ist eine sehr brenzlige Situation. Und er will einfach keine Feuerwelle schmeißen. Komm schon, mein Freund, tu's. Komm schon, mein Freund, tu's. Komm schon, mein Freund, tu's. Da hast du die Hand gewissen? Die Hand ist offen. Die Hand ist offen. Nein, denn jetzt wird der Feuerwelle. Ich glaub, ich spinn. Was er die ganze Zeit nicht macht, macht der auf einmal. Komm schon, mach schon. Jawohl, komm. Endlich. Leider keine Blüte dabei. Aber egal. Wir stellen uns die Hand trotzdem, die jetzt wieder freigelegt ist. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Okay. Okay, der Puppenkopf ist kaputt. Und die Hand ist weg. So. Ich bräuchte noch ein paar Blüten, das wir finden. Okay. Gegen beide Hände. Wir kommen uns erst in die Linken. Das ist eine Richtung. Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Der sollte er? Nein. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen können. Oh. Irgendwie hat er Ungubes vor. Ah, da vorne. Sehr gut. Da sind die Puppenkopf. Da sind die Puppenkopf. Fallen. Und natürlich die Hände. Das müssen wir sehr gut aufpassen. Wo wir auch hinlaufen. Wollen wir uns schon wieder greifen. Oh, er hat's geschafft. Verdammt. Okay. Einmal in den Ausraste-Modus. Na klar. Na klar. Konnten wir die Quallen nicht gleich vernichten. Weil ich den Packer. Braucht diese Blüte. Unbedingt. Ja. noch mal in den Ausraste-Modus. Und einfach mal voll durchziehen auf die Puppen aus seiner Zunge. Puppenkopf. Okay. Hier müssen wir weiterhin ausweichen. Wir haben nur noch anderthalb Blüten. Sehr gefährlich. Okay. Okay, er hat uns nicht gekriegt. Das ärgert ihn. Jetzt kommt die zweite Hand. Der müssen wir auch noch gut ausweichen. Trotz Ausweichen hat die uns gekriegt und vernichtet. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ah gut, wir können aber hier gleich wieder einsteigen. Das ist sehr gut. Hätte ich das noch mal alles machen müssen, nur das. Echt, der Bär nicht gewesen. Nur gut. Ich weiß nicht, wieviel Leben wir haben. Wir werden es aber nachher sehen. Ich hoffe, wir sind voll. Da hängst du wieder in der Ecke fest. Sehr schön. Ich liebe diese Spiele mit solchen Produktionen. Ich weiß nicht, ob wir in der Ecke noch ganz krank machen kurz. Okay, einfach mal wie verrückt ausweichen. So, jetzt müssen wir vielleicht die Qualen kommen verrücklich. Ja genau, und dann kommt die Hand in die Ecke. Ha, ok, das ging schneller als gedacht. Ja, ich möchte fortfahren. Das juckt mich ja tatsächlich in den Fingern und der ist sehr übermächtig, der Gegner. So, auf ein neues, mein Freund. Ne? Ne? Okay, diesmal hat er uns da nicht erwischt. Alles auf den Weg. So, die nächste Hand kommt. Hat uns auch nicht erwischt, sehr gut. Jetzt einmal gleich nach vorne. Wir wissen, jetzt spuckt er die Zunge aus. Okay. Äh, äh, äh! Ausweichen, bitte! Hallo! Gibt's ja nicht. Und der Hand ausweichen. Ganz wichtig. Ich krieg die Qualle dort noch ins Tal, das ist ja schön. Jetzt kommt die nächste Hand schon. Die uns natürlich erwischt. Einmal in den Enrage-Modus. Ich möchte die Qualle da hinten gerne, die ihr Gesicht zeigt, attackieren. Ich darf es aber nicht. Okay, da ist eine Blüte dabei gewesen. Sehr gut. Unrage-Modus. Irgendeine, die ihr Gesicht zeigt, die hier vorne sind. Gleich nochmal die Blüten mitnehmen. Zwei Stücke in der Zahl, die sind sehr, sehr wichtig gerade. Hier nochmal welche. Scheiße, er hat schon wieder seine Zunge verschwucht. Ich sehe leider nicht, was er gerade tut. Auf die Hand aufpassen. Gut, die hat mich nicht erwischt. Ahhhh, dann kommt sie doch nochmal angecharged. Verdammt. Gut, die zweite Hand ist auch unterwegs. Okay, die hat uns nicht erwischt. Sehr gut. So muss das sein. Spuck mal deine Zunge aus. Jawoll. Das machen wir jetzt nicht damit. Ich möchte da mehr Schaden haben. Kann unsere Gesichter zeigen bitte? Sehr schön. Schieß, schieß. Nein, die Kanone ist nicht. Fertig. Müsste Hand ausweichen. Unbedingt. So, die zweite Hand ist gleich gekommen. Und... Da ist die zweite Hand unterwegs. So, die zweite Falle auch geschafft. Und... Ich hätte gerade noch so witzig ihr Gesicht gezeigt. Sehr gut. Und die Zunge liegt wieder frei. Und die Zunge liegt wieder frei. Sehr gut. TK ohne Kumpel. Jawoll. Wir haben seine Zunge vernichtet. Beziehungsweise die Puppenkumpflide da drauf waren. Ja, das tut weh, mein Freund. Das tut weh. Habe ich's geschafft? Ich bring dich in den Knast und da wird dich irgend so ein Tumberschläger zu seinem Schatz machen und dann wirst du hängen Wirklich? Eine hysterische Frau? Ex-Irre? Brüllt unglaubliche Anschuldigungen gegen einen respektierten Sozialarchitekten und Wissenschaftler? Mein Gott, Alice, wem würdest du glauben? Ich kann es ja selbst kaum glauben Du monströse Kreatur! Solche Bosheit wird bestraft! Von wem? Von was? Psychotische blöde Kuh! Dein Wahnsinn wird bestraft werden! Jetzt geh! Ich erwarte deinen Ersatz! Oh! Ach! Und das Wunderland scheint gerettet zu sein Und am Schluss war es der Zug Der dem Ganzen auch ein Ende gemacht hat Sehr nette Idee, wie ich finde Aber Alice befindet sich wieder in ihrer Welt Die sehr übereinstimmt mit dem, was ihrer Realität entsprechen sollte Ah, Alice Wir können nicht wieder heim Keine große Überraschung Nur wenige finden den Weg Die meisten merken es nicht, wenn sie's tun Illusionen sind hartnäckig Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts Schmerz zu vergessen ist bequem Ihn zu erinnern ist qualvoll Aber für die Wahrheit lohnt sich das Leiden Und unser Wunderland, obgleich beschädigt Ist in unserer Erinnerung sicher Einstweilen Ja, liebe Freunde Wir haben's tatsächlich geschafft Das war Alice Madness Returns Ich möchte mich an dieser Stelle ganz klar bei euch bedanken Ein insgesamt wunderbares Spiel Leider mit nem nicht so ganz so wunderbaren Kampfsystem Muss ich leider sagen Die Kameraführung war manchmal ein bisschen schwer Aber ansonsten, die Geschichte, die dahinter steht Die Aufmachung ist einfach wunderbar gewesen Sehr krank Muss man wirklich sagen Psychologisch angelegt Und Aber doch auf der Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird Hochinteressant Das Spiel hat die ganze Zeit Einen Spannungsbogen aufgebaut Und uns die ganze Zeit hingehalten Wir wollten natürlich wissen, was ist passiert Warum ist es passiert Ist Alice an den Geschehnissen schuld gewesen? War es jemand anderes? Alles so haben wir im Spiel nur häppchenweise immer mitgekriegt Und mitbekommen Aber jede Happen, die wir gekriegt haben Haben wir natürlich mit höchster Neugier dann auch Aufgenommen Und Ja Es war wirklich alles dabei Auch die ganzen Wunderlandfiguren Sprich, auch wie wir direkt am Anfang ins Wunderland gekommen sind Natürlich die wunderbare, ganze fabelhafte Welt Die dann nach und nach zerbricht Einfach aufgrund der Erinnerungen, die Alice hatte Beziehungsweise versucht hat wieder aufzuarbeiten Der Hutmacher direkt dabei Die Herzogin war am Start Natürlich die Tee-Party nicht zu vergessen Mit dem Mäuserich und dem Hasen Wo wir ganz am Anfang drin waren Um dem Hutmacher seine Teile wieder zu finden Beziehungsweise seine Arme und Beine Ja Wirklich Wahnsinn Auch die Raupe, die wir dann in der Welt getroffen haben Die uns erstmal geschrumpft hat Uns erstmal durch die schöne japanische Welt geführt hat Und Nicht zu vergessen den Bereich der Herzkönigin Mit den Karten Was ich auch sehr schön fand Einfach dadurch, dass uns der Weg bereitet worden ist Durch die fliegenden Karten, die kamen Doch wirklich sehr, sehr gut Aber was mich jetzt im Nachhinein natürlich brennend interessieren würde Wer Was wird jetzt mit Alice? Wie geht's weiter? Kommt sie jetzt ins Gefängnis wegen Mord? Kommt sie in die Anstalt? Weil sie wirklich noch als wahnsinnig abgestempelt wurde? Oder ist? Aber ist schon Ist schon eine sehr, sehr heftige Story Also was uns da auch der Dr. Bambi angetan hat Eben mit der Klapse, wo wir drin waren Dass er eben die Kinder prostituiert hat Deswegen auch direkt zu Beginn Auch die Nummern bei den Kindern eben Was ja wirklich sehr, sehr heftig war Und ich denke, dass eben Lizzie, die Schwester von Alice Am Anfang doch wirklich Der Beginn des Ganzen war Wo er sich als Student Dieses ganze Konzept ausgedacht hat Beziehungsweise damit begonnen hat Und weil es wahrscheinlich viel geschlagen ist Oder aus irgendwelchen anderen Gründen Warum auch immer Musste er Alice Familie dann auslöschen Beziehungsweise Lizzie eben auch vorher schon töten Aber letztendlich konnten wir ja Rache nehmen Was ja echt absolut klasse war Durch den Zug Der ja sinnbildlich in ihrer Vergangenheit Äh, in ihrer Erinnerung Durch ihre Ja, Wunderland geheizt ist Und da alles zerstört hat Der ja dann eigentlich vom Lokführer Also dem Dr. Bambi halt eben ausgelöst worden ist Wie er auch selber sagte Dass ihn der Zug Oder ja, der Zug ihm ermöglicht Alice Erinnerungen zu beeinflussen Sie zu verdrehen Und dann aber diese Ironie am Schluss Dass er dann durch den Zug Dann eben stirbt Weil Alice dann in ihrer eigentlichen Gestalt Aus dem Wunderland Ähm Ihn dann vor den Zug stößt Wo man ja wirklich sagen muss Ähm Dass sie ja In ihrer eigentlichen Form Dann eben Dann stand Ähm Weil sie hat sich ja durch ihre Erinnerungen Durchgekämpft Und hat Gezeigt Dass sie was kann Dass sie wer ist Nicht das Was die anderen eben immer Die ganze Zeit von ihr behauptet haben Und Stand dann eben In ihrer Wunderland Präsenz Vom Doktor Und hat gezeigt Sie ist jemand Und hat die Cojones Ihn vor den Zug zu stoßen Was ja in dem Fall Ihre einzige Möglichkeit war Weil wie er schon sagte Äh Es gibt keine Chance Dass er sie Äh Oder dass sie ihn anzeigen kann Eben durch die Polizei Oder sonst was Weil wer würde ihr glauben Sie ist eine abgestempelte Verrückte Wahnsinnige gewesen Und Das war die letzte Instanz Die sie hatte Und eben auch durch den Schlüssel Der sinnbildlich Dann in seiner Hand war Wo er schon sagte Er wartet auf das nächste Opfer Doch Sehr sehr gute Geschichte Wirklich sehr gut gelöst Also es war wirklich Ein Achterbahn der Gefühle Sprich Wie man auch sieht Dass Alice im In der Klapse drin ist Was hier alles passiert ist Was hier angetan worden ist Kriegt aber dann am Schluss Doch noch ganz gut die Kurve Dass eben der Ich möchte es einfach mal so sagen Wie es ist Der Drecksack tatsächlich Auf die Hucke kriegt Und vernichtet wird Hier sehen wir nochmal viele Danksagungen eben Von den Spieleprogrammierern Zum Beispiel an Dark Horse Books Und so weiter New York Style Steak and Burger Aha der scheint die mit Essen Äh Steak sag ich schon Steak und Burger Der wird die wahrscheinlich mit Essen versorgt haben Oh das O'Daly ist dabei Sehr schön Gefällt mir Ja aber alles in allem Ein klasse Spiel Sollte man mal gespielt haben Auch mit dem schweren Kampfsystem Ist halt nochmal Schwierkeitsgrad größer Gut jetzt nicht auf Dark Souls Niveau Aber doch wirklich sehr gut Und Ja Probiert es aus Klasse Spiel Solltet ihr dann von mir noch den Wunsch haben Dass ich vielleicht sogar mal den ersten Teil spielen sollte Spielen müsste Um eben noch Zusammenhänge Äh zu sehen Zu kriegen Äh schreibt es mir doch einfach in die Kommentare Ich würde mir das dann gerne überlegen Beziehungsweise als Projekt einfach schon mal vornehmen Und wie gesagt Bei weiteren Wünschen Einfach In die Kommentare reinschreiben Ich werde das abchecken Eben Wenn ihr Wünsche habt Dass ich was spielen soll Dass ihr andere Ideen habt Wollt ihr was über WoW sehen Wollt ihr was Äh Mehr Dota Wollt ihr mehr DayZ Wollt ihr mehr Contagion Alles kein Problem Schreibt es mir einfach in die Kommentare Ansonsten ist mein nächstes Projekt schon Äh Ja Ausgedacht Beziehungsweise habe ich schon eine Idee Was ich machen werde Ich möchte an der Stelle noch nicht verraten Was es ist Ähm Schaltet einfach ein Und schaut es euch an Entschuldigung Forschermals Und äh Ja Ich hoffe das gefällt euch ganz genauso gut Wie hier Alice Mattes Returns Es wird ein bisschen lustiger Das nächste Projekt Und äh Nicht ganz so tief sind ich wie Alice Ja Hier kommt nochmal Electronic Arts Russia Mhm Was die ganzen Russen hier so getrieben haben Weiß ich nicht Ah da Marketing haben sie gemacht Und Ja ich freue mich wie gesagt über jedes Kommentar Lasst euch bei mir einfach aus im Channel So ich möchte mich ganz kurz entschuldigen Ich hatte eine kleine Unterbrechung Ähm Aber wie gesagt Schreibt mir einfach was ihr auf dem Herzen habt Einfach alles in die Kommentare rein Ich freue mich drauf Und äh Bin natürlich sehr froh dass ihr das Spiel hier mit mir gespielt habt Ähm Ich überlege ob ich eine Sonderfolge rausbringe Um euch zu zeigen was denn die ganzen Flaschen gebracht haben Und Solltet ihr Interesse haben sagt es mir einfach Und ich bin echt drauf gespannt Ob euch das nächste Projekt auch so gefällt Und wie gesagt das war mein erstes Let's Play Habt ihr Anregungen und Wünsche Sagt mir Bescheid Und Ja ich möchte mich ein allerletztes Mal bedanken Und hoffe wir sehen uns im nächsten Mal wieder Bis dahin Lebt wohl Und bleibt gespannt Also Tschau Schatz Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020